Der Tagesgang, was so standardmäßig im Laufe eines Tages an meteorologischer Veränderung so passiert, das wollen wir ein bisschen näher beleuchten. Morgens, gehen wir mal hin, machen wir die Sonne ist morgens, morgens strahlt die Sonne unsere Osthänge an, Südosthänge, die werden als erstes warm, die erzeugen als erstes Thermik. Das heißt, wenn ich morgens starten will, muss ich natürlich schauen, dass ich irgendeinen Startplatz habe, der Ost- oder Südoststartmöglichkeiten eröffnet. Die Sonne wandert weiter, über Mittag ist es jetzt so, dass eben alle Südhänge beschienen werden. Aus den Südhängen heraus steigt Thermik auf, das reicht sogar bis ins Tal hinein, da ist eventuell so ein Kaltluftsee, der da war, schon weggeheizt. Also jetzt haben wir Thermik, die überall aufsteigt auf der Südseite. Derweil fängt der Talwind an zu wehen. Während am Nachmittag, eben oder Spätnachmittag, die Westhänge beschienen werden und aus den Westhängen die Thermik aufsteigt. Wahrscheinlich noch eins dazu, der Talwind wird immer höher, wird immer höher. Der Talwind steigt quasi mit seiner Obergrenze an, muss man ein bisschen im Blick behalten, kann in den Tälern auch sehr stark werden. Wenn man sich das jetzt anschaut, im Osten beginnt die Thermik, über den Süden geht sie weiter bis zum Westen. Wenn ich jetzt viel und lange und große Strecken fliege, da muss ich das natürlich mit berücksichtigen, muss einen ganzen Tag über Thermik irgendwo abgreifen. Und da werdet ihr feststellen, Dreiecke, wenn geflogen werden, die also irgendwie wieder in Richtung zurückführen, die werden immer von Osten erst Osthänge, dann Südhänge, dann Westhänge. Das heißt, die Dreiecke werden immer im Uhrzeigersinn geflogen. Gegen den Uhrzeigersinn in Dreieck zu fliegen, ist halt enorm schwer, weil ich dann genau gegen die Thermik arbeite. Am Abend, wenn es dann noch flacher wird, dann fängt es dann an, dass das Gelände auskühlt. Dann kommt es eher zum Bergwind, katabatischer Fallwind, der dann da runterfließt, die Berge. Und kann unter Umständen, das kann so eine Situation sein, im Tal liegende Warmluft durch dieses Abfließen der kalten oder kälteren Luft nochmal anheben. Das heißt, ich kann da im Tal durchaus so eine Magic Thermik bekommen und kann dann mitunter da noch sehr angenehmes Fliegen haben, während ich am Startplatz stehe und überhaupt nicht mehr in die Luft komme, weil ich immer Rückenwind habe. Andere Grafik dafür, morgens, mittags, abends nach Sonnenuntergang. Also diese Strömungsverhältnisse, je nachdem, wo die Sonne steht, sind natürlich wichtig im Kopf zu behalten. Ah, Moment, da habe ich noch was stehen. Da habe ich noch was stehen. Ja, genau. Okay. Also das nur kurz erwähnt, weil es auch eine Prüfungsfrage ist. Das Seewindsystem haben wir bereits gemacht bei der letzten Ausbildung. Das Seewindsystem ist am Nachmittag am stärksten. Und der Landwind, also umgekehrt, wenn der Wind vom Land aufs Meer raus wird, der ist vor Sonnenaufgang am stärksten. Zu diesen Konvergenzen möchte ich, ja, ich muss es, ich muss kürzen, zu diesen Konvergenzen will ich jetzt noch eine Story erzählen. Und zwar, was mir so passiert ist, was euch auch passieren kann. Und deswegen soll das so ein bisschen ein Tipp werden. Bitte alles, was ihr macht jetzt mit der Fliegerei, bitte ganz, ganz vorsichtig angehen. Ganz langsam angehen. Wir haben überhaupt keine Hektik, keine Eile. Wir haben genügend Zeit und tun uns lieber langsam, aber sicher an alles gewöhnen. Ich fahre mit meiner Frau und treffe zwei Freunde im Pinsgau. Wir treffen uns in Hollersbach, kommen dort an 19 Uhr. 19 Uhr, naja, thermischer Tag, alles vorbei. Sagen wir, na gut, komm, lass uns noch einen Einsteigerflug machen, so einen Abendabgleiter. Einfach nur, damit wir in der Luft waren und einfach mal so, ja, damit man sich dran gewöhnt. Mit Hollersbach ist ein Fluggebiet, da fährt man etwa 300 Höhenmeter hoch mit dem Auto. Das geht natürlich gut, wenn man zu zweit ist, kurz runterfliegen. Das ist ja nur ein Vier-Minuten-Flug und fährt dann wieder hoch und holt das Auto. Ja, schöner Startplatz, leichter Wind von vorn, alles klar, wir starten raus. Und ja, danach haben wir kennenlernen dürfen, was Konvergenzen bedeuten. Das war dann ein 45-minütiger Höllenritt. Höllenritt heißt, wir haben wirklich 45 Minuten lang versucht zu landen. Weil, was passiert da? Da hat der Talwind bereits umgedreht. Normalerweise tagsüber weht im Pinsgau der Wind hier von Ost nach West. Jetzt haben wir schon Abend, es hat umgedreht, wir haben den Wind schon von West nach Ost. Hier haben wir den Pasturen, auch da kommt schon Talwind runter. Und hier haben wir das Hollersbach-Tal, auch da kam schon Talwind runter. Also haben wir hier einen Ort der Konvergenz, weil ihr immer wieder hören werdet, Konvergenzen kann man nutzen. Konvergenzen kann man nutzen, richtig. Konvergenzen können aber auch richtig voll ätzend werden, weil das da ein ober dermaßen Quuddel-Muddel nach oben war, sodass es mega turbulent mit mega steigen nur hoch ging und wir ja mehr oder weniger völlig desolat frustriert versucht haben zu landen. Das war nicht so einfach. Tipp 1, wenn ihr in so eine Situation kommt, Vollgas, turbulente Luft, unangenehme Situation. Bernhard wird es vielleicht auch nochmal wiederholen, aber das kann man nicht oft genug hören. Ohren anlegen und beschleunigen und gleichzeitig am Tragegurt festhalten. Ausnahmsweise mal. Das ist eine Situation, in der der Schirm extrem stabil ist und noch stabiler geht es eigentlich gar nicht. Das ist voll ätzend. Schirm geht vor dich, hinter dich, neben dich, aber er klappt nicht mehr ein, weil er ist schon eingeklappt. Und die stabilste Situation, mit der kann man sehr viel ertragen, wenn natürlich Platz um einen rum ist. Und Tipp 2, man halte sich bitte nicht am Landeplatz fest. Wenn es in irgendwo so unangenehm ist, dann fliegt doch einfach weg. Und dieses haben wir zu 14 oder geflogen und keiner kam auf die Idee zu sagen, oh nee, das ist so ätzend, ich fliege woanders hin. Weil ein Kilometer weiter ist diese Konvergenz weg und kann man ganz gemütlich landen. Und naja, was dazu gelernt. Wir sind eigentlich noch im Tagesgang. Da habe ich dann das letzte Mal, bin ich ein bisschen rausgesprungen. Und nochmal ganz kurz. Wir sehen jetzt hier den Blick auf die Alpen. Betrachten das jetzt aus dem Blickwinkel der Sonne. Strahlen diese Alpen an, die uns sich mit 90 Grad optimal entgegenreckenden Berghänge werden von mir als Sonne natürlich maximal mit Energie versorgt, heizen sich mehr auf, die Luft erwärmt sich, dehnt sich aus, steigt auf. Das passiert ganz regelmäßig, wenn die Sonne scheint über den Gebirgen. Und es entsteht dann diese sogenannte Hitzetief. Also die, das sind jetzt die heiß markierten Hänge sozusagen, die führen dazu, dass das Ganze zu einem sogenannten Hitzetief wird. Und wenn das ein Tief ist, haben wir drumherum einen Hoch. Und das bedeutet, die Luft fließt vom Hoch ins Tief rein. Das sind die Talwinde, die tagtäglich entstehen im Laufe des Tages. Talwinde sind ein komplexes Netz durch die Berge, durch die Gebirge. Da haben wir den Vorteil, das Wasser, das im Laufe von Jahrmillionen sich jetzt einen Weg aus dem Gebirge in Richtung Meer gefräst hat, bietet optimale Eingänge für diese wieder ins Gebirge rein fließende Luftmassen. Und deswegen werden, das spricht man halt auch vom Talwind, weil der dann da durch die Täler reingezogen kommt und ist dann in der Regel eben an thermisch aktiven Tagen, weht er flussaufwärts. Weil das Wasser hat sich den Ausweg bergab gesucht und die Luft fließt dann durch diesen Weg wieder rein, also bergauf entgegen der Fließrichtung. Das ist eine Grundregel. Die Talwinde sind sehr, sehr regelmäßig. Ihr müsst euch also, wenn ihr irgendwo fliegt, mit dem Talwindsystem im Vorfeld beschäftigen. Weil es gibt logischerweise durch diese vielen, vielen Täler, die es jetzt in den Gebirgen gibt, auch hier und da mal ein Tal, wo der Wind eben nicht flussaufwärts fließt, sondern sich halt mit einem Nachbartal vereinigt und dann flussabwärts fließt. Das muss man halt wissen. Aber wenn du halt mal auf Strecke bist und bist total planlos, sagst du, oh, jetzt muss ich aber landen, du siehst, da unten ist ein Fluss, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar, wird der Talwind bergauf fließen, also gegen die Fließrichtung vom Fluss. Was ich da jetzt ein bisschen vertiefen möchte, ist das Verständnis, wie sich unsere Windrichtungen für uns in der Praxis verändern. Wir schauen uns das nochmal an. Das sind jetzt die Alpen, so grob schematisch dargestellt, die ein Hitzetief darstellen. Wie bewegt sich die Luft um ein Tiefdruckgebiet, auch das wissen wir, gegen den Uhrzeigersinn? Und das ist tatsächlich so. Also dieses Gebirge, das ein Hitzetief ausprägt, fängt an, insgesamt eine, ich muss es natürlich so rum zeigen, jetzt insgesamt gegen den Uhrzeigersinn rotierende Windbewegung. Wenn ich jetzt mal da, wo wir jetzt sind, also am Nordalpenrand, auf der östlichen Seite eher, also hier, dann fängt ja der Talwind an im Laufe des Tages, will der in die Alpen rein, also das ist tatsächlich ja so, da, wo wir jetzt unser Gebirge haben, reiner Nordwind. Und die Kombination jetzt aus diesem, sich gegen den Uhrzeigersinn drehenden Tiefdruck, Windverhältnisse und dem bayerischen Wind, der jetzt von Norden an die Berge rangezogen wird, das gibt jetzt eine Überlagerung. Und deswegen wird im Bereich Nachmittag bei uns an den Nordalpen der Wind immer eher anfangen zu östeln. Also aus dem Nordwind, der jetzt klassisch frontal in die Berge rein will, wird halt ein Nordostwind. Und das kann man sich auf der Südseite genauso vorstellen. Dann wird halt aus dem Südwind, der in die Alpen rein will, ein Südwestwind werden. Und das passiert auch ganz regelmäßig so an den Gebirgen. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, eher zu verstehen, was so im Laufe des Tages, wie sich die Windrichtung eher verändern wird. Und die wird bei uns halt immer ein bisschen das Östeln anfangen. Diese Talwinde sind natürlich Freund und Feind zugleich. Die kann man, die darf man nicht unterschätzen. Man muss sich mit ihnen beschäftigen, weil die können richtig gefährlich werden. Man kann sie auf der anderen Seite aber auch optimal nutzen. Also das heißt, auch da wieder muss ich mich mit beschäftigen. Das hier ist jetzt ein Google Maps, Google Earth Snap vom Eingang vom Zillertal. Also hier fließt der Inn, ne, der fließt andersrum. Der fließt von hier nach hier, jawohl. Der fließt so runter, nach Richtung Kufstein. Und hier haben wir diesen Abgang in Richtung Zillertal. Das hier ist dann Fügen. Ist auch ein Fluggebiet. Und wenn jetzt der Inn von links nach rechts fließt, dann habe ich hier tagsüber Standard-Talwind, der von rechts nach links kommt. So, das ist also so der Standard-Talwind. Wir wissen auch, im Laufe des Tagesgangs wird der Talwind schon immer ein bisschen dicker und geht ein bisschen höher, weil das Ganze sich einfach durch mehr Druckdifferenzen immer mehr und kräftiger ausbildet. Und schauen jetzt mal hier hin, wo könnte da was Positives entstehen. Wenn ich mir jetzt diese Windrichtung anschaue, wenn der jetzt ein bisschen weiter hier mal da drauf knallt, dann hätte ich jetzt hier einen sogenannten Prallhang. Und das passiert auch. Mit diesem Prallhang, wenn ich weiß, aha, da kommt der Talwind her, dann wird diese Ecke von dem Gebirge doch eher fliegbar sein. Für mich, wenn ich da hinfliege, habe ich natürlich hier eine schöne, aufsauerbare, immer hin- und herfliegbare Flanke. Solange dieser Talwind da draufsteht, kann ich da echt gut mit arbeiten. Also ein Prallhang ist was Optimales, was ich vom Talwind her auch nutzen kann. Wenn ich mir die andere Seite jedoch anschaue, die gegenüberliegende Seite, da, wenn der Talwind entsprechend hoch genug kommt oder kräftig genug weht oder auf der anderen Seite einfach eine Möglichkeit findet, bis über den Berg drüber zu fließen, dann habe ich da auf der Rückseite natürlich ein potenzielles Le-Turbulenzgebiet. Und das macht die Sache natürlich gefährlich. Also immer, wenn ich aus der Höhe dieses Gelände anschaue, muss ich mir darüber klar werden, wie fließt der Talwind, wo kann es überspült werden, wo prallt es an, wo kann ich es nutzen, wo ist er zu stark, dass ich nicht mehr landen kann oder dann am Schluss rückwärts lande. Das ist ja auch doof. Und wo kann ich vielleicht besser landen, weil das Tal dort wieder weiter wird und der Wind dort etwas schwächer wird. Also das zum Talwind einmal schön, einmal zum Kotzen. Man muss sich also damit beschäftigen. Hier ist, wenn wir den Innen weiter rausgehen, Richtung Kufstein, noch weiter raus, das ist immer schon wieder in Deutschland, das ist das sogenannte, das Erl, genau, wo das Lustspielhaus, nicht Lustspielhaus, sondern da ist irgend so ein Spielhaushalt. Und das hier ist eine richtig gehende Düse. Also da ist das Tal ziemlich eng. Und deswegen heißt dieser Wind, der hier durchfegt, tatsächlich auch der Erlerwind. Wenn ich jetzt also die normale Talwindsituation habe, thermischer Tag, die Luft wird aus dem Alpenvorland herangesaugt und kommt jetzt hier in diesen Trichter rein, dann habe ich natürlich dort in dieser Düse extrem starken Wind. Also das muss ich wissen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, da oben ist der Heuberg, von da aus kann man zum Beispiel fliegen. Wenn man dann da schön rumfliegt und sagt, ich gehe da unten landen, dann stellt man da unten plötzlich fest, oh Mist, 40er Wind, das ist nicht mehr schön, macht keinen Spaß mehr. Andererseits, wenn du weißt, wo geht dieser Wind hin, wo kommt der auf der anderen Seite auf einen schönen Hang drauf, gibt es da natürlich auch wieder Prallhänge, die man nutzen kann. Also sich mit dem Talwind zu beschäftigen, ist dringend notwendig. Und diese Prozesse, die da im Laufe des Tages vonstatten gehen, die sind ziemlich regelmäßig, da kann man sich dann halt auch entsprechend darauf verlassen oder halt auch irgendwas planen. So, ja bitte. Eine Frage für den Folien in den Zillertal dieser Teil. Es ist eine, also fast eine T-Shape und gibt es dann etwas zum Beachten in die rechte Seite, zum Beispiel Richtung Fügen. Wenn den Talwind von so entlang den Inn, dann, wenn wir in diesem breiten Tal bei den Fügen fliegen, dann ist es etwas mit dem Talwind zu beachten? Ja, ja, natürlich. Immer, 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 immer. Also den Talwind muss man immer betrachten. Man muss jetzt natürlich auf der anderen Seite wissen, wie wird eigentlich im Zillertal der Talwind sein? Der wird dann hier auch bergauf fließen. Also letzten Endes haben wir hier irgendwo eine Richtung, die hier reinweht. Das muss man wissen, fragen und sich im Vorfeld informieren. Beim Fliegen kann ich niemanden mehr fragen, muss ich mir darüber natürlich auch ein Bild verschaffen. Also wenn ich hier irgendwelche Informationen sehe im Boden, ah, da sind irgendwelche Fahnen an dem Schwimmbad und ich sehe, aha, tatsächlich, der Talwind weht so rüber. Prinzipiell wäre es mir egal, ob der Talwind hier von links nach rechts oder von rechts nach links fließt. Das ist mir egal. Aber dieser hier, der ist halt entscheidend, wenn ich da vorne an der Ecke bin. Ja, also hier zu fliegen ist eine gute Idee, da zu fliegen ist eine Scheißidee. Aber hier kommt der Wind parallel zum Berg, macht hier vielleicht nochmal kleine Turbulenzen. Auf der anderen Seite noch weiter raus, bin ich vielleicht wieder komplett im Lee. Also das ist ganz schlecht. Also ich muss immer versuchen zu sagen, wo sind denn Louvre-seitige Dinge, die ich fliegen kann. Hier drüben, auf der anderen Seite vom Tal, sehe ich zum Beispiel hier, sehe ich jetzt, aha, das ist doch eine schöne Seite. Diese Seite ist mit Sicherheit eine schlechte Seite. Weil wenn der Wind von rechts nach links kommt, wird das unter Umständen hier überspült. Hier ist Louvre-Seite, die ist gut. Hier ist Lee-Seite, die ist schlecht. Hier hinten dran, hinter dem Hügel, könnte ich auch gut fliegen. Vor dem Hügel kann ich mit Sicherheit schlecht fliegen. Hier eben schlecht fliegen, weil das ist dieser Haupttalwind. Und das ist der Haupttalwind, der kommt ja von außerhalb des Gebirges und wird jetzt hier nochmal reinziehen bis zum Kehrl-Auspass. Und wenn Wind von Haupttal biegen dann die Richtung, zum Beispiel vom Matzen, dann biegt dann links in diese Richtung, links nach Schlitters, es würde nicht generell eine Turbulenz oder so. Also hier an der Ecke wäre ich da vorsichtig, weil ich sage, naja, da bin ich an der Ecke, da bin ich einfach im Lee. Also wenn ich jetzt hier irgendwo landen gehen wollte, würde ich sagen, hier diese Seite, die ist mir geheuer. Dass ich sage, da habe ich jetzt keine Angst. Hier hätte ich jetzt auch keine Angst, weil ich weit weg bin vom gegenüberliegenden Tal. Gleichzeitig muss ich auch noch überlegen, von wo kommt der Wind, da wäre es vielleicht da vorne dran nochmal einen Tick besser. Je nachdem, wie das jetzt hügelig ausschaut. Also diese Gedanken, die sind immer ganz wichtig. Und deswegen ist es, ich sage mal auch, wichtig, sich so Strecken Stück für Stück zu erarbeiten. Also eher mal zu sagen, ich fange mal am Hausberg an und fliege mal zu dem linken und dem rechten Nachbarberg. Und irgendwann fange ich mal an dem rechten Nachbarberg an und fliege von dem wieder zurück oder zum nächsten Berg, sodass man sich da stückweise aufbaut. Weil wenn du so 200 Kilometer irgendwie quer über die Alpen fliegst, dann kommst du ja in Gebiete, wo du sagst, ich war da in meinem Leben noch nicht. Das ist wirklich nicht empfehlenswert, wenn man sich da nicht auskennt. Also der letztjährige XC-Gewinner, der Sebastian Bartmess, der hat mit mir die Ausbildung angefangen. Der hat mir damals gesagt, es gibt ein wunderschönes Segelflug-Simulationsprogramm, wirklich so ein Spiel. Da kann man mit einem Joystick, kann man da mit dem Segelflieger rumfliegen und rumsohren. Und das kann man ganz gut nutzen, um sich die Gelände einzuprägen. Weil es ist doch klar, wenn du jetzt irgendwie über das zweite Tal drüber fliegst, da stehen ja keine Schilder mehr da. Da sagst du, wo ist denn da jetzt was? Sodass man sagt, ah, das ist der Rettenstein, den kann man von allen Seiten erkennen. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich bin. Also man muss sich da schon langsam rantasten. Also es sollte dir eigentlich nicht passieren, dass du jetzt in den Tal reinfliegst und dich fragst, wo kommt jetzt hier der Wind her? Sondern das solltest du eigentlich im Vorfeld schon wissen. Ich habe vor, da hinzufliegen. Dort wird der Wind von da kommen. Also gehst du da landen oder fliegst da hin. Gut, vielen Dank. Gerne, gerne. Immer gut vorbereitet sein, das ist absolut wichtig. Ich habe jetzt hier, um euch ein Verständnis zu bringen, das hat auch bei vielen Piloten fehlt. Das ist alles so ein bisschen Bonus-Theorie in die Tiefe rein. Nochmal ein einfaches Schichtungsdiagramm, ohne ganz bewusst, ohne Skalierung aufgetragen. Und mich interessiert jetzt, was passiert mit der Basishöhe im Laufe des Tages? In diesem Diagramm jetzt entspricht zumindestens mal ein Grad auf der X-Achse, 100 Meter auf der Y-Achse. Also damit das mal, wie viele Grad es sind, es ist wurscht, aber es ist halt so eine einheitliche Einteilung, sodass ich weiß, 45 Grad nach rechts bewegend ist die Trockenadiabate. Jetzt möchte ich noch mal schauen, morgens, wir haben jetzt morgens, und möchten jetzt mal wissen, wie hoch ist jetzt hier die Basis? Entscheidend für die Basishöhe, haben wir ja schon mal festgestellt, ist der Spread, also der Unterschied zwischen meiner Temperatur am Boden und der Taupunkt-Temperatur. Interessant ist, dass diese Taupunkt-Temperatur sich im Laufe des Tages so gut wie nicht verändert. Das ist also eine relativ konstante Geschichte, außer es kommen jetzt neue Luftmassen von woanders daher, die andere Eigenschaften haben. Jetzt kann ich mir also hier mal den Spread ausmessen mit diesem blauen Pfeil, und jetzt auch eine Möglichkeit, das ganz einfach zu gestalten, zu sagen, aha, da habe ich jetzt x Grad Unterschied zwischen meiner Bodentemperatur, x Grad bedeuten aber auch x mal 100 Meter Aufstieg. Dann kann ich sie einfach mal umknicken und sagen, okay, hier wäre meine Basishöhe, also ab da würden Wolken entstehen. Was passiert jetzt im Laufe des Tages? Im Laufe des Tages wird es immer wärmer und immer wärmer. Schauen wir mal erst mal den Tag ein bisschen weiter. Wird es immer wärmer. Auf dem Boden wird es immer wärmer. Und diese Grundschicht, also die aller, aller unterste Schicht, die wird natürlich durch diese vielen turbulenten Bewegungen, die da stattfinden, auch aufgewärmt. Und die wärmt sich relativ viel auf. Dann schauen wir mal. Also wird hier im Laufe des Tages unsere Temperaturkurve sich verändern. Mache ich mal so. Also wir hatten ja da am Anfang noch eine Inversion von der Nacht. Und jetzt die ersten Thermiken, die aufsteigen und wieder zum Erliegen kommen, das fängt an, dass sich jetzt die unterste Schicht etwas erwärmt. Jetzt will ich wieder wissen, wenn meine Luft warm genug ist, dass ich hoch genug aufsteigen kann, um auch an das Kondensationsniveau zu kommen. Ich schaue das hier aus. Jetzt mache ich hier mal wieder diesen Taupunktdifferenz zwischen meiner Temperatur am Boden und der Taupunktkurve. Klappe das wieder hoch und stelle fest, die Basishöhe ist gestiegen. Das Kondensationsniveau steigt im Laufe des Tages. Jetzt machen wir Nachmittag. Es wird noch wärmer. Die Grundschicht wird noch wärmer. Und das wäre jetzt die aktuelle Zustandskurve. Und machen hier wieder mal Temperaturmessung. Legen das da an. Wow, die Basis steigt immer weiter und immer weiter. Und wenn es jetzt gegen Nachmittag, frühen Abend, Abend geht, dann kühlt auch der Boden schon langsam aus. Das heißt, unsere Temperaturkurve verändert sich. Und jetzt nehmen wir halt mal eine lilafarbene Spread up zwischen Temperatur und Taupunktlinie und stellen fest, aha, die Basis geht wieder runter. Das bedeutet für uns Piloten, wenn die Basis sinkt, heißt es eigentlich für uns jetzt, wo wir schlauer sind, der Spread am Boden wird kleiner. Mehr heißt das erstmal nicht. Das kann aber bedeuten, naja, der Boden kühlt aus. Das heißt, die Temperatur am Boden geht wieder mehr in Richtung ihren Taupunkt. Der Spread wird kleiner. Es kann aber auch bedeuten, da kommt jetzt eine andere Luftmasse daher geflogen, nämlich zum Beispiel eine feuchte Luftmasse und dann verändert sich tatsächlich der Taupunkt. Es kann aber auch sein, es fließt jetzt eine kalte Luftmasse rein, dann wird der Taupunkt auch wieder kleiner. Und für uns Flieger sollte klar sein, diese absinkende Basis, die ist ja, das bedeutet ja nicht, dass diese Wolke runterkommt, sondern das bedeutet nur, dass die Wolke weiter unten entsteht. Die Wolke entsteht immer nur durch diese thermische Luft, die nach oben geht. Die Wolke fängt nicht an, jetzt runter zu sinken, sondern es entsteht da die ganze Zeit Wolke und die fängt jetzt früher an zu entstehen. Und dieses Absinken der Basis, das kann relativ schnell passieren. Das kann schneller passieren, als du so im Gleiten nach unten kommst. Also wenn sich so einstellt, dass du merkst, da die Basis sinkt, dann weißt du, jetzt ist der Tag eigentlich auch so langsam mal zur Neige und man kann dann sich ein bisschen weiter unten, weiter von den Wolken aufhalten. Denn wenn dich die Basis einholt, dann fliegst du halt mitten in den Wolken. Das möchte ich niemandem empfehlen. Das ist nicht schön, das macht keinen Spaß, das ist gefährlich und darf es auch nicht. Also sinkende Basis bedeutet kleinerer Spread am Boden. Spread kann sich verändern durch die Temperaturkurve. Spread kann sich aber auch verändern durch diese Taubpunktkurve. Und die Taubpunktkurve, da habe ich gesagt, die Feuchtigkeit am Boden bleibt eigentlich relativ gleich, bis auf die Tatsache, wenn eine andere Luftmasse daherkommt. Also wenn eine feuchtere Luftmasse daherkommt, würde der Taubpunkt nach rechts wandern und der Spread kleiner werden. Jetzt haben wir ganz relaxed noch was vor uns. Das ist jetzt mehr so ein bisschen erholsam. Ich erwähne den Dr. Manfred Reiber. Es ist ein Meteorologe, der beim Deutschen Wetterdienst arbeitet oder gearbeitet hat. Auch schon Vorlesungen gegeben hat. Gleichzeitig Gleitschirmpilot ist, also sehr viele Veröffentlichungen gemacht hat. und da habe ich mir so eine PowerPoint-Präsentation bei ihm gekauft, weil das ein wirklicher Profi ist und er erlaubt und bittet sogar darum, das in die Ausbildung mit reinzubringen. Wir schauen uns jetzt also mal ein paar Wolken an. Es ist ja so, wir können die Thermik nicht sehen. Wir sehen einfach so eine durchsichtige Luft nicht. Also alle Erklärungsversuche, wie sich denn die Luft dort bewegen könnte, ist eine reine Theorie und wir hoffen, dass es so ist, wie wir uns das vorstellen. Üben können wir das Ganze einfach, indem wir Wolken betrachten. Wolken und Nebelfetzen zeigen uns erstmalig, wie sich da überhaupt die Luft bewegt. Natürlich werden wir dort nicht fliegen, weil es ja eben von der Sicht her Einschränkungen gibt. Aber das ist eine sehr, sehr gute Übung, die man jeden Tag machen kann. Wenn man irgendeine Wolke sieht, kann man sich vorstellen, wie ist jetzt die Luftströmung innerhalb dieser Wolke. Denn die Luftströmungen innerhalb der Wolke unterscheiden sich überhaupt nicht von den Luftströmungen innerhalb einer Thermik. Nur bei der Wolke sehen wir es halt, weil wir da kleine Wassertröpfchen haben. Was kann man da jetzt so sehen? Wir haben eine starke Einstülpung an der Unterseite dieser Wolke. dann steigt innerhalb der Wolke das in verschiedene Richtungen nach oben, geht außen wieder runter. Und wir sehen dann da auch, der stärkste Aufstieg ist in der Mitte, im Zentrum dieser Blase und an den Rändern haben wir eben wieder Abwind. Also so kann man sich das wirklich super gut vorstellen, wie denn sich die Luft tatsächlich bewegt, wenn wir da mal in Thermik drin sind. Und da gehen wir jetzt mal einiges an Bildern durch und schauen uns das einfach ganz gemütlich an. Wenn wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, dann kommt es manchmal auch schon unterhalb von dem Kondensationsniveau zu Kondensationserscheinungen. Das kann man dann hier sehen, dass wir sagen, okay, da die Luft, die nach oben steigt, teilweise kann man es mitverfolgen, wie sie nach oben steigt. Das sieht man jetzt auch hier schön. Industriethermik, ja, gibt es, kann man nutzen. Man sollte nur den Luftfiltern dieser Industrieanlage auch so viel zutrauen, dass man sagt, ich kurbel da jetzt eine Viertelstunde drin rum. Über der Müllverbrennungsanlage geht es bestimmt hoch. Auch hier können wir an so einer Wolke, das ist natürlich jetzt mitten im Wolkenbild, können wir sehen, wo haben wir denn da starke Einstühlpunkten. Die haben wir hier deutlich zu sehen. Also da wird das kräftigste Steigen sein. Wir sehen, dass das Steigen nach oben deutlich versetzt wird. Also haben wir auch einen Hinweis auf die Windsituation. Schauen wir uns mal so eine an. Da kann man eigentlich auch schön sehen, von wo nach wo diese Thermik abgelenkt wird. Also die Windrichtung, die wir da haben, ist jetzt auch klar. Der Wind wird jetzt hier irgendwo von links nach rechts kommen. bei dieser Wolke da unten sehe ich eigentlich auch nochmal eine schöne Wolkenbasis eingestülpt, also einen sogenannten Dom. Wenn ich solche Wolken über mir habe, die einen Dom bilden, dann ist natürlich das der Punkt, wo ich sage, da werde ich das stark stärkste Steigen zu erwarten haben. Und wenn das nicht jetzt eine Wolke ist, die auch fünf Kilometer groß ist, dann muss ich da vielleicht nicht unbedingt hin, weil ich muss ja auch zur Not wieder unter der Wolke weg können. Auch hier wunderschön zu sehen, unten eine deutliche Einstülpung, massives Steigen, die Wolke ist hier recht dünn und geht steil nach oben, also da haben wir eine sehr labile Situation aus oben, also die Thermik ist hier extrem stark, sodass sie schneller hoch geht, als ich die Wolke ausbreiten kann. Oben scheint irgendwo eine Inversion, eine Grenzschicht zu sein und dann wird die Wolke sich ausbreiten. kräftige Thermik in einer Wolke. Auch hier Wirbelringstruktur wieder, können wir uns richtig vorstellen und auch dann wirklich mal genau hinschauen, wenn man dann diese Fetzen hier außen sieht, sieht man auch, wie die sich dann teilweise drehen und wieder nach unten gehen. Das sind halt die Windsituationen, die uns auch am Rand einer entsprechend starken Thermik erwarten. Und Ja, was kann man da schon erkennen, wenn ich da jetzt hinschaue, ich habe da jetzt gar keine Infos dazu. Die ist sehr schmal, die Wolke, geht steil hoch. Also das ist schon immer ein Zeichen, wenn eine Wolke höher ist als breit, dass da gut abgeht, dass da große Steiggeschwindigkeiten da sind. Yeah, Push. Da kann man sich so vorstellen, aha, wenn das so in der Wolke ausschaut, dann wird das so in der Thermik auch ausschauen. Also muss uns auch klar sein, dass es hier an dem Thermikrand die unterschiedlichsten, unmöglichsten Randerscheinungen gibt. Deswegen ist es auch nicht schön, am Rand einer Thermik zu fliegen. Also entweder drinnen oder draußen. Auch hier wunderbar die Idee der ganzen Strömung. Was steht da noch schön? Meide beim Thermikflug, ach so, habe ich gerade gesagt, die Ränder des Thermikschlauches. Es geht abwärts und es ist turbulent. Diese Wolke zeigt starke, aber relativ eng begrenzte Thermik an. An der Seite wird es natürlich auch wieder runtergehen. Oh, Thermikparadies für Gleitschirmflieger. Das ist irgendwo in Nepal. Hier kann man auch deutlich sehen, wieder diese eingestülpte Basis. Also bei so einer dunklen Wolke, die wir da sehen und so eine starke Einstülpung, ist das jetzt natürlich eher ein Indiz dafür, dass du sagst, wenn ich zu nah an der Wolke bin, will ich da nicht drunter sein. Aber man kann sich dann auch ausrechnen, wenn man sowas in der Praxis sieht, wo denn dann unten drunter auch das größte Steigen sein wird. Das wird dann da im Tal auch eher eben unterhalb von diesem Dom sein. Je nach Windrichtung natürlich auch versetzt. Oh, wie süß. Wenn die Luft trocken ist, bildet sich Blau-Thermik. Wenn wir also das Kondensationsniveau nicht erreichen, die ist unsichtbar. Oft hat man aber trotzdem noch ganz kleine Wölkchen vom Typ. Das ist auch schön. Cumulus Fraktus sichtbar. Das ist also ein sicheres Zeichen, dass es Thermik gibt. Wenn du so an so einem Tag, wo so nur so wie heute, heute haben wir ja Blau, Blau, Blau überall, ja. Und wenn du dann irgendwo über den Bergen so ein kleines Fitzelding siehst, das kurz da ist und wieder verschwindet, das kann nur entstanden sein durch eine Thermik, durch aufsteigende Luft, die gerade so mal ganz knapp kurz das Kondensationsniveau erreicht hat, aber einfach zu wenig Feuchtigkeit drin hat, das heißt, die auch sofort wieder verdunstet. Jetzt mal da so einen Kondensationsstreifen. Da brauchen wir schon ein bisschen Fantasie. An oben, am oberen Rand, würde ich sagen, kann man schon auch wieder erkennen, kommt der Wind jetzt doch eher von links. Kleinräumige Thermik, die kann natürlich auch entsprechend Power aufbauen, ist aber manchmal auch genauso schnell weg, wie sie entstanden ist. Das werdet ihr auch erleben, dass ihr am Fliegen seid, fängt das Gerät an zu piepsen, geil, du drehst ein, machst einen Kreis, vorbei. Denkst du, ja, was ist denn jetzt los, bin ich irgendwie nicht richtig drin und du gehst auf Suche und findest die Thermik nicht mehr und das ist durch diese turbulentes Auffressen am Rand, also die turbulente Vermischung am Rand, ist es tatsächlich, so kleine Thermiken werden einfach auch aufgefressen und sind weg. Geht das Mikro auf, eine Frage? Ja, genau, in diesem Bild könnte es sein, dass da ist eine Schädung, weil da diese, diese Wolke ist einmal schon für den Link gebogen und dann nochmal rechts. Ja, hast du recht, ja? Dann ist es dann möglich, dann in die, in die, in diese zwei Richtungen, dann, wenn ich dann so hoch da fliegen, dann erlebe ich dann die Schädung, also einmal links, rechts und Turbulenz und so weiter. Sehr gut, also du gehst es jetzt genau richtig an, hier fliegen werden wir ja sowieso nicht, sag ich mal, weil da hast du ja die Basis viel zu tief, also das wäre schon selten, es könnte aber sein, wenn du sagst, hier oben kann man top starten und man kann da oben wieder top landen, aber genau das ist das, was ich damit eigentlich möchte, schau dir die Wolke an und du hast es genau gesagt, diese Wolke macht jetzt hier eine Linkskurve und wieder eine Rechtskurve. Das gibt mir ja, das bedeutet, ab hier habe ich Wind von rechts, ab hier habe ich Wind von links. Das heißt, ja, da ist eine Windscherung und ja, im Bereich dieser Windscherung wird es mehr Turbulenzen haben und vermutlich ist diese Windscherung auch bei mir, also auf dieser Höhe. Also das ist genau diese Information, die du sagen kannst, wenn du sowas siehst, sagst, naja, ich glaube, das wird schon ganz turbulent da oben. Das heißt ja nicht, dass man da dran stirbt, sondern man muss halt aktiv fliegen, ja, und ganz speziell, weil du bist dann ja relativ weit oben, ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man mal mit dem Geschirr ein bisschen arbeiten muss. Diese Turbulenzen werden ja eigentlich erst gemein, wenn man in der Nähe vom Gelände ist. Aber ja, gut erkannt. Cool, danke. Der Aha-Effekt, ich habe deine Bewertung gelesen, Dankeschön. Hier, auch hier haben wir wieder mal Thermikaufstieg. Man muss es natürlich interpretieren, was ist da los? Wird ausgelöst, irgendwo hinter dem Haus, mit der Höhe versetzt. Das sieht, das Blaue ist sozusagen die Windrichtung, die das so verschiebt. Das sind Informationen, die man da so rauslesen kann. Auch hier, was kann man da sehen? Na ja, mei, das ist halt einfach thermischer Aufstieg. Thermik relativ unspektakulär, aber man kann einfach sehen, wo steigt die Thermik auf. Das kann man sich übrigens auch merken, wenn da so ein Tag ist, an dem man jetzt nicht fliegen kann und sagt, boah, es ist alles noch nass. Dann kann man sich aber auch an dem Tag schon mit einem schönen Kaffeetscherl auf einer Terrasse mit viel Abstand zu anderen diesen Berg anschauen und genau diese aufsteigenden kleinen Nebelschwaden beobachten, weil dann kriegst du natürlich schon eine Idee dafür, wo wird denn morgen, wenn das mit der Feuchtigkeit weg ist, eher mal eine Thermik rauskommen, weil das ist ja genau, das passiert ja jeden Tag selber, der Berg ändert sich nicht und dann gibt es halt Stellen, die werden besser angestrahlt und die werden zuerst diese kleinen Dunstwölkchen abgeben und dann wird da morgen auch zuerst Thermik rauskommen. Also diese aufmerksame Naturbeobachtung bringt unheimlich viel und lässt einen irgendwann dieses System ein bisschen besser verstehen, als immer nur mit einem Fragezeichen. Hier sehen wir auch verschiedene kleine Thermikschläuche und wenn ich mir das jetzt gemerkt habe, denke ich mir, aha, da unten diese Seite scheinbar um jetzt diese Uhrzeit, die gibt Thermik ab, dann kann die das ja morgen, wenn ich fliegen gehe, vielleicht auch machen. Auch hier deutlich den Verzug aufsteigender Luftmengen. Da sieht man auch mal, dass auf dem Weg zur Basis teilweise schon kleine Kondensationen stattfinden, da kann man das teilweise mitverfolgen. Auch hier riesen, oh, da sieht man auch schön, auch das, was du jetzt angesprochen hast, Ping, da kann man sich jetzt auch überlegen, wenn ich die Wolke sehe, dann sehe ich im unteren Bereich sie schwer geneigt nach rechts und dann steigt sie eigentlich nur noch mit wenig Neigung nach oben auf. Also hier werden wir sicherlich unterschiedliche Windverhältnisse haben, da im Gipfelbereich eher kräftigeren Wind und oben hätten wir jetzt nicht so viel Wind und das sind immer so Informationen, wie wird es in der Höhe ablaufen und hat das Auswirkungen auf die Höhe, in der ich fliegen werde. Gerade als Streckenflieger werdet ihr natürlich dann versuchen, möglichst hoch zu fliegen und da muss man natürlich schon wissen, was auch oben los ist. Ja, hier würde ich mal sagen, diese Thermik entsteht im Lee. Also diese Seite, wenn ich die Windrichtung sehe, kommt der Wind von hinten. Hier ist aber irgendwo dieser angestrahlte Hitzespot und deswegen hier erst Thermik Entstehung, dann starkes Ablenken. Also grundsätzlich ist es dann, wenn wir hier an den Nordalpen sind, natürlich so, habe ich Westwind, dann, also fliegend bei West wird ein Fliegerfest, fliegend bei Ost ist eine schwere Kost. Warum? Wenn ich Ostwind habe, dann habe ich meine Osthänge, die habe ich Vormittag, Spätvormittag noch beschienen, dann passt das zusammen. Ich habe einen überregionalen Ostwind und Thermik auf der Ostseite. Dann wird aber die Sonne über Süden nach Westen gehen und dann werden am Nachmittag die Westhänge beschienen. Aus den Westhängen kommt die Thermik raus. Ich habe aber einen überregionalen Ostwind. Also das ist immer doof zu fliegen und deswegen auch eine Nummer schwieriger. Also bei uns ist es so, wenn wir Westwind haben, dann haben wir am Nachmittag die schön angeschiedenen, also ab Mittag ein, zwei Uhr, die schön angeschiedenen Westhänge gleichzeitig Westwind. Das gibt dann halt weniger Lehturbulenzen. Ja, ebenso wie an dieser Quellwolke würde auch so ein Thermikschlauch aufsteigen. Der schaut jetzt auch aus, als würde er nach oben hin dünner, weniger werden, quillt gar nicht so auf. Wir haben verschiedene Thermikquellen, die sich vereinen. Manchmal reicht aber auch eine Thermikquelle. war schon sehr interessant. Auch hier deutlich, ich glaube, das habe ich in der A-Scheinschulung auch schon mal benutzt, deutliche Windsituationen unten anders als oben. Ah, da gibt es noch ein schönes Wort, die Peplopause, das ist die Grenze der Thermik, das ist die Obergrenze der Grenzschicht, die Peplopause. Und die Strömungsrichtung, die wir da sehen, auch wunderbar schön zu erkennen. Da ist natürlich die Frage, wo will ich nicht fliegen? Vielleicht, ich bin ja jetzt da nicht unbedingt an dem Kraftwerk drin, aber kann schon erkennen, das wird schon so ein Bereich sein, der wird relativ turbulent sein, wo die Windrichtung von die auf die ändert. und das heißt, wenn ich das ungefähr abschätzen kann und sage, naja, das ist so, ich schätze mal so auf 1500 Meter, dann habe ich im Hinterkopf zumindest schon mal, wenn sie in 1500 Meter anfängt, turbulent zu werden, dann war sie, jetzt komme ich in diese Scherung rein, okay, dann muss ich ein bisschen aktiver fliegen und habe vermutlich, wenn ich mir diese Wolken angeschaut habe, keine Chance durchzufliegen, um da über diese Inversion zu kommen, also fliege halt einfach 100 Meter runter und dann habe ich es nicht mehr so turbulent. auch hier kann man wunderschön die Thermikverstärkung an einem Vulkan und dann sieht man auch wieder, wo es zu Ende ist mit der Steigerei, mit dem Luft, also Wolkenobergrenze, sehr definiert, oben kräftigen Wind und die Richtung des Windes auch zu erkennen. Aha, oh, das ist ein interessantes Thema, also die thermisch aufsteigende Luft wird irgendwie durch irgendeinen Grund, man diskutiert viel welche, in Rotation versetzt. Das hier ist eine relativ klassische Geschichte, wenn ich jetzt hier diesen diesen senkrechten Aufstieg betrachte, dann kommt der Höhenwind dazu, das wird zu Turbulenzen führen, das muss man schon klar sein und wenn ich mir das jetzt anschaue, dass das hier nur eine Wolke ist, wenn ich jetzt das hier so ein bisschen beobachte, ist eigentlich gut zu erkennen an der Wolke, wenn da jetzt keine Wolke wäre und Thermik ist, dann muss mir natürlich klar sein, wenn ich hier jetzt am Gelände bin, ist es noch okay, wenn ich jetzt hier vom Gelände wegfliege, wird es schon wieder turbulent, also die Situation, die ich auch eben gesagt habe, wenn die Windrichtung eine andere ist als die Thermikauslöserichtung, dann wird die ganze Sache halt turbulent und immer ein bisschen schwieriger. Ja, war ein kleiner Ausflug in die Bildergeschichte. Jetzt kommt die Föhnsituation noch mal kurz, da gehen wir schnell durch, weil Föhn ist jetzt nichts Geheimes mehr. Ich persönlich stehe zum Föhn ganz klar, es ist, wenn Föhn ist, für den Flieger peinlich zu fliegen, fliegen, das ist schon seit 50 Jahren so und wenn jemand sagt, ich bin ein ordentlicher Flieger, dann lasse ich das Fliegen bei Föhn sein, damit zeige ich eigentlich ein Stück meiner Professionalität. Es fällt manchmal schwer, weil man abends immer wieder sieht, es wird doch geflogen und es ging auch. Es kann ja auch gehen, aber es beherbergt halt eine Gefahr, die sehr schwierig einzuschätzen ist. Und mein Tipp bei schönem Wetter und Föhnsituation, lieber wandern gehen und dann so lange wandern gehen, bis ihr mal in den Bergen einen Föhndurchbruch erleben durftet, weil dann weißt du genau, das will ich mir beim Fliegen garantiert nicht geben. Grundprinzip noch mal, der aus dem Süden herkommende, der Südföhnwind ist von Haus aus wärmer, weil es auf der Südseite wärmer ist als auf der Nordseite, deswegen kommt der bei uns als warmer Wind an, warmer Wind in der Höhe. Er tut sich schwer, auf der Nordseite wieder nach unten durchzubrechen, weil er ja wärmer ist als diese Kaltluft. Also da wird er eher abprallen und wieder nach oben abprallen. Andersrum, wenn wir Nordföhn haben, das ist eben kälterer Luft, der taucht dann in diese warme Luft ein, kann schön bis auf den Boden rumeiern und das ist, wenn man auf der Südseite der Alpen ist, ist es auch wirklich, muss man ganz vorsichtig sein, schon auch bei weniger Hektopascal kann das passieren. Da braucht man local Informationen, welche Wetterstationen, welche Windwerte schaue ich mir an, die auch noch entsprechend weit weg sind. Wenn es dann heißt, wenn bei der Station das erste Mal die Böe über 15 geht, dann hörst du hier auf zu fliegen, weil sich die Situation echt ganz kriminell hart einstellt. Du bist am Fliegen und dann geht es unten am Boden megamäßig ab. Und auch hier, was passiert natürlich, wenn es unten megamäßig abgeht, etwas kälterer Wind, schießt nach unten in wärmere Luftmassen. Das heißt, auch hier wird man jetzt massives Steigen bekommen. Das heißt, es ist turbulent, flächig, flächiges Steigen, kräftiger Wind am Boden, sehr unangenehm. Und was ich eben ja kurz erwähnt habe, beim letzten Mal, weil ich es nicht erwähnt, unerwähnt lassen wollte, wenn sich jetzt Nord und Süd verändern, ich verändere jetzt nicht die Karte, sondern einfach nur Nord und Süd. Normalerweise auf der Nordseite ist es kälter. Es gibt halt manchmal so Situationen auch, dass es auf der Nordseite der Alpen wärmer ist. Und dann haben wir die gleiche Situation, als wäre es ein Südfön, als wäre es ein Nordfön auf der Südseite, ist es jetzt halt ein Südfön, der sich genauso verhält. Und der heißt dann Seichterfön. Also Seichterfön, aufpassen, ein harmloses Wort, das aber nicht harmlos ist. Die Situation mit den Altocumululenticularis, die habt ihr natürlich in der A-Schein schon zu Genüge gehört. Wir machen das nur noch mal als Kurzwiederholung. Wenn über dem Gebirge sich jetzt noch eine Inversion bildet, das heißt eine von oben absinkende Luft, die sich dabei erwärmt und dann vielleicht noch wärmer ist, als der Fön, der über die Alpen drüber heizt, dann haben wir genau die Situation. Beim Aufstieg dieses Windes haben wir oben drüber eine wärmere Luftschicht, das heißt Aufsteigen nicht mehr möglich. Also wieder runter. Beim Absteigen erwärmt sich die Luft wieder, kommt an den Kaltluftsee, ist wärmer als der Kaltluftsee, kann nicht eintauchen und es kommt halt zu dieser Oszillation. Muss nicht, aber kommt sehr häufig vor und wenn wir Glück haben und dann schauen wir uns das noch mal genauer an, ist in dieser Auf- und Absteigenden Situation immer wieder diese Temperaturveränderung. Die Luft, die aufsteigt, wird kälter, die Luft, die absteigt, wird wieder ein bisschen wärmer und dann ist halt die Frage, wo unser Kondensationsniveau liegt. Liegt das hier oberhalb dieser Föhnwelle? Sehe ich keine Wolken. Wenn das Kondensationsniveau aber mittendrin liegt in dieser Föhnwelle, dann sehe ich ganz interessante Wolken, die auf der einen Seite extrem abgeschliffen sind, also die hohe Windgeschwindigkeit mir zeigen und ganz interessant ist, dass die ortsstationär stehen, mehr oder weniger. Also starker Wind, aber die Wolke bleibt auf der Stelle stehen. Manchmal sieht man nämlich auch Lentis, die sich irgendwie so in eine andere Richtung ausbilden, als wir es kennen und die sich aber schnell bewegen. Dann sind das einfach nur Lentikularisse, die durch die starke Windgeschwindigkeit abgeschliffen sind. Wenn sie dann aber sich auch schnell bewegen, dann bedeutet es, es ist keine Wellenbewegung da. Diese schauen natürlich in echt richtig fantastisch aus, sind wirklich schöne Wolken und ist ganz einfach, wenn man die Wolke sieht, irgendwas anderes als Fliegen gibt es auch noch. Jawohl, so sehen sie aus, unsere UFOs und bitte nicht unterschätzen, hier unten drunter, mega turbulent und dieser, diese große Welle, die hier fließt, die hat ja auch jederzeit die Möglichkeit, mal in diesen Kaltluftsee einzutauchen und das, eben dieser Föhn-Durchbruch, der ist mit einem Gleitschirm, weiß Gott nicht, schön. Dann habe ich noch eins, was wir an Föhn-Infos noch bekommen können. Einerseits ist, der DHV gibt uns immer Informationen, es ist Föhn-Fönig, wobei der DHV sehr konservativ ist. Wir haben auf wetteralarm.at, haben wir immer eine Prognose des Föhns, auf Ausdruckkontroll kann ich auch die Prognose des Föhns-Diagramms ablesen, aber wichtig für mich ist es natürlich am Tag, wenn ich fliegen gehe und es heißt, vielleicht Föhn-Fönig, wo kriege ich Informationen her? Also das sind einerseits Patscher-Kofel, jetzt muss ich hier mein Sharing ein bisschen verändern und frage mal und brauche eine Rückmeldung. Seht ihr meinen ganzen Bildschirm? Ja, okay, das ist gut. Ja. Okay. Der Patscher-Kofel, also der, da kann man, das ist dieser Berg, der da am Brenner steht, mitten in dieser Föhnschneise zwischen Bozen und Innsbruck. Da kann man natürlich die Real Wetterbedingungen ablesen, man kann also da die Windstärken ablesen. Dazu ist es am schönsten, die Seite Bergfex und dann den Patscher-Kofel raussuchen, also hier habe ich hier diese Windstärke 50 kmh und die Windspitzen nach unten hin, das ist interessant hier, der Verlauf im Verlauf des Tages. Wenn diese Windgeschwindigkeit die 40 überschreitet, müssen wir anfangen echt vorsichtig zu werden oder uns extrem tief in diese Meteorologie reinarbeiten, um zu sagen, kann ich noch riskieren, kann ich nicht riskieren, lieber riskiert man mal zu wenig. Was ich euch aber als Neues noch zeigen wollte, das ist, gucken, ob das geht. Ich habe doch da toll was programmiert. Genau. Nochmal Windy, weil Windy natürlich ein tolles Instrument ist, das ich gerne ans Herz legen möchte, da haben wir hier unten auf der Seite, können wir neben diesen Gleitschirmfliegern auch Webcams einblenden oder eben auch Flughäfen. Und jetzt sind in dieser Seite mehrere kleine Kreise immer, haben wir mal die Lupe, genau und dann schauen wir mal Brixen, Bozen. Jetzt haben wir hier Bozen und da muss da oben irgendwo Innsbruck sein. Das ist eine Sache, es ist uns möglich an diesen, an jeden Tag natürlich, aber an diesen föhnkritischen Tagen wirklich zu sagen, wie ist denn jetzt eigentlich diese Druckdifferenz zwischen Bozen und Innsbruck, wenn ich jetzt hier bin. Wenn ich natürlich irgendwo anders fliege, muss ich mir vielleicht Klagenfurt Salzburg anschauen. Und dann gehe ich, wenn ich diesen, wenn ich die Flughäfen ausgewählt habe, auf Bozen und klicke da mal drauf und dann taucht da an der Seite ein neues Fenster auf, dass es mir Informationen über Bozen gibt. Es wird jetzt noch in Luftrecht oder in Flugtechnik auf jeden Fall wird es vorkommen. Wir können hier den QNH ablesen. Das heißt, wir lesen jetzt hier den Luftdruck, den echten Luftdruck am Bozener Flughafen umgerechnet auf Meeresniveau ab. Das heißt, hier kriegen wir diese Information. Wir hätten jetzt hier 1013 Hektopascal, den QNH 1013 Hektopascal. Der QNH ist nicht umsonst da, das werdet ihr morgen lernen, damit Dinge miteinander vergleichbar sind. Wenn ich also in Bozen einen QNH von 1013 habe und dann gehe ich da oben mal auf Innsbruck, das ist jetzt im Übrigen live, gehe ich auf Innsbruck und habe hier einen QNH von 1006. Zwischen 1000 und 6 und 1013 sind 7 Hektopascal Differenz, also 7 Hektopascal Druckdifferenz zwischen Bozen und Innsbruck. Ich bin deutlich im föhnigen Bereich, deswegen waren auch eben die Windwerte am Patschakofel relativ hoch. Also heute nichts fliegen, weil, könnte gut Föhn sein. Könnte gut Föhn sein, gehe ich noch mal raus, schaue ich mir noch mal die Isobaren an, sehe tatsächlich hier das Föhnknie, wohl, wir haben Föhn heute. Brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. £44,000. Vielen Dank.